Das war der Old Man River mit seinem Song Trousers auf Radioindustrie in der Independence. Und heute haben wir ultimative Spezialgäste hier in dieser Sendung, und zwar extra direkt aus der Amer Bronx. Ich glaube herzlich willkommen PMP! Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017